Pärchenfotos – Ein heftig dringendes Fotoshooting Gina möchte von sich und ihrem Freund süße Pärchenfotos schießen lassen. Der Fotograf hat wenig Zeit, eine Hektik bricht aus, die Quentin äußerst ungelegen kommt. Nach dem langen Tag am Schreibtisch muss der Student dringend pinkeln, was sich im Verlauf des Shootings jedoch als romantischer Moment herausstellen wird. Diese und noch viele lustvolle Geschichten mehr findest du frei zum Lesen auf unserer Homepage